Hallöchen zusammen, zum nächsten Part. Oblivion. Wir sind hier in dieser Höhle, wo uns das letzte Mal dieser komische Magie auf den Sack gegangen ist. Und wollen die jetzt ein wenig erforschen. Ah, ein Trank, sehr schön. Können wir ja gebrauchen. Ist das hier irgendeine Kiste? Keine Ahnung. Hm, nix. Wollte ja wie gesagt ein bisschen Höhlen weiter wieder erforschen, deswegen... Ah, schau mal da, eine Ratte. War jetzt ein bisschen billig. Ich heil mich mal nebenbei... Ach, da ist ja noch eine. Nenn mal. Ah, da ist wieder das Dings ausgewählt, Mist. Dann muss ich mal eben kurz auf eine andere Taste legen. Ich hab ja hier die schöne Katana bekommen. So. Okay. Mich wieder ein bisschen aufheilen. Sehr schön. Ah, und das ist voll die Assi-Versammlung da unten. Sieht der jetzt automatisch los, oder was? Keine Ahnung. So hat er die... Der hat die gerade bei mir irgendwie automatisch gemacht. Keine Ahnung. Ähm. Ich wähl noch mal die paar ledrischen Pfeile aus. So. Jetzt noch mal ordentlich aufs Maul. Komm, hier. Dich noch. Und dann die Eisenpfeile. So, okay. So, für dich. Na. Toll. Mal hier hoch, hier. Sehr schön. Okay. Wieder weg. Bisschen Licht mal wieder reinbringen. Ja, Knochenmehl. Das ist... Im Großen und Ganzen bringt das ziemlich viel Geld eigentlich, wenn wir das wirklich aufsammeln. Wiegt ja kaum was, deswegen. Wie ich das eigentlich gerne mal ein bisschen machen. Okay. Das sind Pfeile hier wieder an. Was hab ich da jetzt aufgesammelt? Ne, die will ich nicht. Komm, weg damit. So. Okay, sehr schön. Stahlpfeile. Stahlpfeile. Ja. Ach, komm, ey. So. Stahlpfeile. Stahlpfeile. So. Ich meine, drei Daedrischen Pfeile wieder. Sehr schön. Gefällt mir. Was sonst? Ist hier nichts irgendwie, oder? Hier ist fast noch. Zwei Fackeln. Okay, die nehm ich mit. Aber das war jetzt nicht das, was ich so gesucht habe, ne? Naja. Gehen wir nochmal weiter. Na, toll. Da sind wieder so ne Assis, ey. Wer färm dich. Ah, ein Magier. Na toll. Ja, ein Zombie. So. Sind Zombie auch gleich umgenöppt, oder wie? Zwei Tränke. Naja. Bisschen muss ich mich mal aufheilen. Das ist jetzt wichtig. Komm. Hab ich da gar kein... Äh. Zombie oder wat? Äh, Quatsch. Zombie. So ein Zombie. Äh. All'n Dings. Skelett. So. Okay. War's das jetzt, oder wie? Hoffe ich doch. So, Eisenpfeil, Eisenpfeil. Ein Eisenpfeil. Alle mitnehmen natürlich. Alle mitnehmen. Okay, das war's. Oh Gott, die stinken ja richtig. Oh ne, die will ich nicht haben. Hast du noch Eisenpfeile? Ja, du hast noch Eisenpfeile. So, hier noch irgendwas. Ein kleines Bett. Buch der Dädra. Äh. Ich nehm's mir mal mit. Weiß nicht, das muss ich mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt vor- und durchlesen. Bett, was ist das da? Hm, keine Ahnung. Schädel. Droh des Totenbeschwörers. Schlüssel, okay. Naja. Was war's dann hier, oder wie? Ja, mal noch auf ne Karte gucken. In die Richtung fehlt noch was, okay. Also, erstmal zurück. Durch die, äh, diese beiden Dings da, durch diese beiden. Äh, Gruften, sag ich mal, Höhlen, keine Ahnung. Kammern, wie man's auch nennen will. Da ist nichts, okay. Dann geh ich hier raus. Ja. Dann war das wo genau raus? Ne, hier war ich auch schon. Da ist keine Kreuzung. Wir haben hier wahrscheinlich. Ja, genau. Sehr gut, okay. Gucken wir uns in die Richtung nochmal ein bisschen um. Aha. Oh Gott, das ist ja ganz gruselig hier. Moment mal, ich höre mich einmal komplett wieder auf. Nicht, dass mich da jetzt irgendwas Böses angreift oder sowas. Gar keine Lust drauf. Was ist das? Was? Was? So. Komm, da gibt's erstmal richtig aufs Maul hier. Komm. Ja, nicht angreifen, das ist nicht cool. Ich will mich mal vor allem halt auf den Dings konzentrieren. Ich hab letztes Mal gemerkt, die Dings anzugreifen, das bringt nicht viel. So. Jetzt greife ich mir mal das hier. Ja. So, da hat sich der nämlich dann auch aufgelöst. Sehr schön. Eisenpfeil, Eisenpfeil. Ah. Stahlstreitkolben, aha. Kriegen wir eine Nervung? Naja, okay. Gut. War's das dann hier, oder wie? Boah Gott, ey, wie soll ich das denn öffnen? Keine Ahnung. Später. Später krieg ich da, hoffe ich, das Zeug für. Ah. Zilt, heller. Ich will eigentlich nur das Zeug da drauf haben. Nimm mal, nimm mich mal einfach kurz. Kann ich ja den später wegschmeißen, wenn ich will. Ah. Auch so ein blödes Ding. Braucht man alles irgendeinen Schlüssel oder so für? Oder halt ein besseres, einen besseren Dietrich halt, ne? Ist klar. So, sonst ist hier nichts. Nö. Okay, dann hätten wir diese Höhle dann auch wieder abgeschlossen. War ja jetzt nicht so viel, aber... Naja, trotzdem. Hat mal wieder Spaß gemacht, eine neue Höhle zu entdecken. Nö. Also, auch wenn der Gegner hier der ist, das war wirklich nicht cool. Das war wirklich nicht cool. Da hätte ich gleich drauf kommen müssen, dass ich den... Dass der, ja, auch selber wieder welche beschwört, ne? Naja. Gut, dann kommen wir hier jetzt bei diesem Gasthaus oder sowas an. Gehe ich von aus. Ja. Kann ich mir mein Schwert wieder. So dunkel ist es hier ja nicht, ne? So. Ich fühle mich gerade so ein, dass mein Pferd hier auch noch fehlt. Hm. Naja, gut. Doof, aber okay. So, ähm. Ich hatte das eine Mal gesagt, also wir kommen jetzt wieder in die Nähe von, äh, dem Gefängnis. Dort irgendwo, in diesem schlecht texturierten Ding, müsste unsere, äh, Dings gewesen sein. Unser, ähm, ja, Ausgang hier, da. Abwasserkanal des Keiles-Hösserlichen Gefängnisses. Und dort irgendwo, da war noch irgendwie so eine, ähm, ja, Ruine. Ich meine, die war da irgendwo. Die wollte ich mir nochmal angucken. Da hatte ich das letzte Mal ein bisschen Angst, weil ich glaube, da sind insgesamt drei Gegner oder sowas. Also das ist, gut, das ist jetzt nicht viel. Aber mit unserem Inventar, das wir damals hatten, ist das ein bisschen uncool. So, wer greift mich an? Oh, Krabben. Oh, bedrohlich, echt bedrohlich. Zwei Hiebe. Das sind ziemlich viele eigentlich für so einen billigen Gegner. Krabbenfleisch wiederherstellen, Konstitution und Schock wiederherstellen. Keine Ahnung, wo du das Gold bitte her hast, aber okay. Mal, da ist noch eine Krabbe. Ah, komm, die machen wir auch platt, ey. So, da gibt's nochmal aufs Maul. So. Ich weiß nicht, ob ich mir das Krabbenfleisch mal hätte krallen sollen, aber ey, komm. Geh auch gerade mal ein. Sieht's eigentlich mit unserem Inventar aus, aber das sieht eigentlich noch alles ziemlich in Ordnung aus. Ja, der, 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 der Bogen nicht. Der Bogen, den sollte man ein bisschen, ne. Ich pack mich hier durchs Wasser. Yeah, hey. Komm, wieder. Ja, so, sehr schön. Da ist auch eine kleine Höhle bei, oder? Können das sein? Hm, keine Ahnung. So. Komm. Ihr habt gefunden, Wilberin. Okay, da ist wie gesagt eine Tür. Aber hier waren wir eigentlich noch. Da haben wir schon eine Stimme. Da. Komm, greifen wir uns den mal. Komm. Jetzt erstmal für euch aufs Maul. Das ist eine Entdeckung vor dem einen Typen. Für dich machen wir ziemlich schnell platt. Dietrich, nimm mal mit. Deinen ollen Streitkolben kannst du behalten. Und für dich hole ich einen Bogen raus sogar. Ja, natürlich. Natürlich, du wärmst dich gerade erst auf. Ist klar. Bringt's auch echt, wie du mit dem Bogen schießt hier. Na, komm her. So. Na. Komm her. Aufs Maul gibt's da. Oh, einmal hat er uns getroffen. Hier. Nehmen wir hier den Pfeil kurz. So. Eisenpfeil. Dich hatten wir schon, ne? So, du hattest nur den ollen Dings, ja. Eisenpfeile, okay. Hm. Ich hab einen Eisenpfeil geschossen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Hammel. Hm. Nom, nom, nom. Bestimmt toll essen. So, hier irgendeinen Trank. Sehr schön. Unsterbliches Buch. Hm. Kann das sein, dass ich davon auch meine Nahkampfdings da verbessert oder sowas von dem, wenn ich, ich meine, irgendwas verbessert sich hier gerade, glaube ich, wenn ich Bücher lese. Deswegen. Glaube ich, da war irgendwas. Glaube ich. Hm. Ach, ein Apfel, auf den Apfel habt ihr geschossen. Ist okay. Gehen wir mal kurz die Pfeile. Braucht er jetzt, glaube ich, eh nicht mehr. Sehr gut. Okay. Da oben ist noch irgendwas. Gehe ich da einmal hochschnell. So. Ach, so ein Brunnen. Gefällt mir. Oh naja. Ich will jetzt einmal kurz noch kurz in diese Höhle gehen. Hm. Die Gemüse kann aber halten. So. Ich bin mal gespannt, was uns da noch erwartet. Ich hoffe mal nicht, dass sie zu groß ist. Die Höhle hier. Die erinnert mich. Oh. Hey. Es geht. Deine Rüstung bringt's echt, Junge. Deine Rüstung bringt's echt. Deine Waffe da vielleicht, aber deine Rüstung auf keinen Fall. So. Was haben wir hier? Fackeln. Können wir ja alles immer noch gut gebrauchen. So. Was hast denn du dabei? Gar nichts. Sinnvolles, abgesehen von deinen Klamotten, aber die will ich eigentlich gar nicht haben. Für mich ist das halt nur Gewicht, ne? So. Oh, hey. Guck mal, wen haben wir denn da unten? Na? So. Zweimal Schaden. Kämpfst du denn da? Voll aufs Maul. Eisenpfeile. Aber sonst habt ihr auch nichts. Das ist unmöglich. So. Wir haben hier ein Eisenschild. Der hat sechs. Hat meine auch, dann brauch ich den nicht. Birne und Reis. Sag mal, ihr habt doch nichts Anständiges. Ah, schau mal da. Achtung. So, okay. Da war ja eine tolle Falle und so, ne? So. Oh Gott, das ist ja richtig riesig, glaub ich, hier. Ähm, ich steck mal die Fackel schnell weg. So. Sicher schon einige Gegner, deswegen. Komm, den hol ich mir noch einmal. So, zweimal Schaden dafür. Ähm. Komm. Autsch, Alter, das war nicht cool. Voll aufs Maul. Okay, dann ein Eisenpfeil und zwei Dietriche. Das bringt sowas von gar nichts hier gerade. Ah, komm, ich will mir einmal die große Kammer, gucke ich mir hier noch an. Ah, schau mal da. Da gibt's nochmal doppelten Schaden, wenn ich die jetzt erwische direkt. Ah, das war doch kein Problem für mich, Mensch. Ah, die will's mit nem Bogen. Ich muss mir nicht vorstellen, dass dir so viel besser ist als ich, ne? Komm. Guck mal ja hier. Guck mal her. Gut, Schützefertigkeit noch verbessert. Ist da noch wer? Hö? Hm. Komisch. Eisernes Claymore. Komm, lass mich mal mit. Das bringt nämlich, glaube ich, ordentlich Geld, deswegen. Eisenbrusthandisch, das brauche ich aber nicht. Allgemein haben die hier total viele Klamotten irgendwie rumliegen. So. Erstmal Eisenpfeile. Erstmal, die haben auch nichts Anständiges dabei. Ist unmöglich. Komm, hier. So kann man meinen Dietrich wieder benutzen. So. Zwei Fackeln, okay. Aber gut. Ich würde sagen, weiter gucken wir dann erst im nächsten Part. Oh, hey. Egal. Bis zum nächsten Part. Tschüss.